so hallo und herzlich willkommen zu Ritz 3 weiter an Spiderman die Prozent des Spiels der Nullesliebe 6 Prozent wir sind eben gerade unten gewesen an die Tür geöffnet weil die ja ihren Peter retten wollte ja Peter Parker Spider-Man Sparks und Prozent ja deswegen sind wir sie hochgekommen sind die durch die Ding durch und ja gehen jetzt weiter Spiderman Meno egal ja erstmal nur ein Stück Map Show Mix benommene Gegner Aha Mal schauen was wir jetzt machen müssen und darauf weiß ich auch nicht erreichen sie die Kathedrale Sie müssen durch diesen Teil der Stadt um zur Kathedrale zu kommen bleiben Sie auch im Fang falls Sie Probleme bekommen Hilfe ein Feuerwehrzombie äh nicht an Knabbern Alter ich hab den vier verrotzte Kugeln ins Gesicht gesonnert und er stirbt nicht auch nicht die 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 ich habe ich hoffe du wirst ein gewollt die jahre sind alle okay Hey, man soll nicht vor der Tür wandern. Oh, wir müssen den Typen denn helfen. Also, wir sind noch Zombies. Okay, ich sollte mir mal merken, das Spiel ist scheiße. Weil wenn die nämlich nicht sehen, kannst du sie nämlich auch nicht verletzen. Ich wollte mich gerade Zombies töten, als die einen Typen gefressen haben, aber nee, die müssen wirklich jetzt mal aufstehen und dann kann ich sie. Ich helfe dir, ey Typi. Ich helfe dir. Schnell, ich helfe mir das Auto zu verschieben. Ja, der hält doch mal was raus, oder? Wenn der Typ jetzt gleich gepresst wird, dann lache ich. Ja, das wäre geil. Jetzt rennen wir voll in eine Horde von Zombies und verraten. Das wäre das Geilste. Oh, guck dir das, Mann, Alter. Ich wusste es. Wie, der Typ ist tot, kommt nur noch an mir. Der ist voll von dem Dings überfahren worden, leider. Oh... Dass der nicht mal eine Fachsträhne nimmt, was zu des Wort ist. Ja, das ist wirklich fütter. die die sie den 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 aber so so scharf Ja, wir haben Eisnerwaffe. Okay, ich bin ein bisschen tot. Ah, ja. Nicht so, oder nicht so, oder? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo ich nicht komme. Muss ich hier hoch? Oh, pass auf! Ich würde nur sagen, wir sollten hier hoch. Spare die Mund. Komm mal unter uns, Alter. Ich werde mich an Resident Evil 1. Wo sie den über die Seine... Nee, ich hab's geguckt. Ich filme mal nicht. Warte, ich dachte immer... Oh, scheiße. Du hast jetzt nicht echt das Ding hier platziert, oder? Kannst du es nochmal aufheben? Ich weiß es nicht. Äh, wenn nicht, spring mal runter. Nee, wir müssen rüber springen. Ey. Was soll springen? Nicht Mädels angrabbeln, ne? Nein. Jetzt drin, zünden, zielen und dann, äh, schießen. Nee, wenn du das Ding hinlackst. Nein, 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 nicht auf das Ding, nicht auf den Ding, lass, 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 lass. Äh, wähle das Ding aus, und dann zielen und schießen. Ich dachte, der wird, der will aufstehen, aber egal. Guck mal! Ich hab' die Bench-Legge jetzt mit dem Glück gesagt, aber fuck. Alter, hast du 3 Schuss automatisch im Magazin? Ja. Aua! So. Ich hab' ihn voll, äh, voll als Reflex hab' ihn voll, äh, in der Rute gebracht, ne? Sehr geil. Ja, ja. Ich hab' 28 Schuss mit meinem Sturmgewehr. Ja. Hier, raum. Von, ja, ja. Ich hab'. Ich hab',喂, das war's. Oh, ja. Aber, du meinst was? ja oder denn ja als er oder hat jetzt nicht gerade gealter machten Ich hab nur die Zuschicht zum Schluss. Ach das Schnupiger. Ach so, wir auch gehst. Eine voll dramatische Musik. Ja toll, jetzt haben wir den Sound. Ja, muss ich gleich sagen. Nur wenn wir hier wachen, los! Los, runter, runter, runter! Alter, da ist ein Zombie, der schießen kann irgendwo, oder? Wir müssen hier hoch. Nee, da rum müssen wir nicht, hier rum müssen wir. Schnell, komm mit! Geil! Der Typ hat erstmal voll überfahren, nice! Alter, willst du mich verarschen? Der hat's nicht umgefahren! Alter, geil! Das war grad ein bisschen knapp. Toll, geil, ja. Ich seh schon, wie sozial du bist. Aber guck mal, meine Waffe hat keine Muni mehr. Hinter uns ist einer. Äh, vielleicht können wir sogar kurz verschnaufen. Ich hab' gesagt, wir müssen noch nicht beantworten. So, erstmal nachladen, dann sieht's wieder so Grimmel aus. Und dann erstmal wieder, eins, zwei, drei. Zack. Erstmal drei, drei, drei. Hier muss auch noch ein zweiter Ding-Bumms-Tier. Äh, äh... Die SEL-M-Geme, was ist Fall drüber? Schneller drücken, bitte. Aja, stimmt. Der ist endlich, wenn ich will, da war. Nur, ich wusste, dass ich schneller geht. Ja, wenn du das hast, mit der du aufmacht, schneller drückt. Ah. Ich wusste, ich hab' schnell auf dem Dichter gezielt. Weil da kann ich nicht mit mir machen. Da ist eine Waffe. Wohin, 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 Wohin. Ja, deine vielleicht meine nicht, weil ich sie ja schon besitze, das nicht die Pumgander. Ja, komm hier mit, komm hier. Achtung, der Typ steht auf, der, der im Dings steht auf, mit gehen. Eine, erst wenn wir den Schlüssel haben, wir müssen den Schlüssel suchen. Okay, wir brauchen erst den Schlüssel. Dann erinnere ich mich noch. Wir müssen jetzt den Schlüssel finden. Ah, ich kann's vergessen. So, wir brauchen nämlich jetzt gleich irgendwie einen Schlüssel. Na, sagt er, du brauchst einen Schlüssel? Verschlossen. Ja, ich geh schon holen. Eine, die Oma hat den Schlüssel hier. Upsala. So, und jetzt, äh, die macht nichts, aber der Typ macht was, der im Stuhl hinten. Guck, was sag ich? Ah. Ach, schieß ihn. Ja. Das ist gut. Alter. Komm da an, die Strootfindschuss. Volle Kanne in Brust, ne? Aber er bleibt eisern stehen. Okay. So, jetzt kriegst du deine neue Waffe. Warst du dir noch Nachrichten anschauen? Alter, nee, komm lieber zu mir, ich werde mir angegriffen. Ja. Und man so. Das ist auf einer Seite nicht kommen. So lange sind wir auch wieder. Will sie deine Struppe da haben? Ja. Dann komm her auf den Weg. Okay. Endlich. Ihr shallot. Das ist die gleiche Stoffen wir. Ja, man hat, dass die sich schießen. Was die im Schuss oder so. Ja, es stimmt. Ja, es ist die gleiche Stoffen wir. Da ist es nie wofür, das wegen. jetzt sind wir nicht aufgrund der Munition und nein Die Nägel auf einer Tafel. 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 Die schmeiß ich jetzt weg. Die Scheiße ist ja noch keine Munition oder so irgendwie in einem G.I. lagern. Weißt du was ich meine? Das wäre ein bisschen einfacher. Weil dann müsste ich nämlich nicht gucken, wie ich das so sortiere. Verschlossen. Von der anderen Seite könnten wir sie erschönen. Meinen Sie, Leon, bring sie da irgendwie rüber? Klar, Leon bringt dich immer rüber. Kommst du, Schätzlein? Ja. Eine wunderbare Schrotzflinte du hast. Und rüber, los. Ja genau, so springen wir auch über ein Geländer. Oder über eine große Fläche. Ja, du nützt mich ganz krank. Ja, komm, ich schaffst du. Na komm hoch, komm hoch, kleiner Digga. Ja, du nützt mich ganz krank. Voll,би Bottom. Meine Anzeige ist jetzt komplett verrutscht. Ich weiß nicht, wohin das liegt. Ah, weil ich die Seiten, glaube ich, gewärke.